Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung mit mir, Alexander Kaiser von 1x2.com. Diesmal wieder mit den Tipps zum Wochenende. Wir gehen nach Köln am Samstag und Sonntag, da sind tolle Rennen. Und natürlich am Sonntag nach Paris-Vencen in das Championat der Fünfjährigen. Dann gehen wir gleich mal rein hier am Samstag in das Winterkönigentrial. Das zweijährigen Rennen für ein Listenrennen hier. Über 1500 Meter, 25.000 Euro ist das Rennen dotiert hier. Und hier ist ein Pferd mit einem ganz großen Ruf. Und zwar ist das Weichsel aus dem Stall von Markus Klug. Andreas Helfenbein ist der Partner des Röttgener Pferdes. Ja, das Pferd hatte letztes Mal ganz viel Pech, hatte eigentlich gewonnen. Und der Sieg wurde dann am grünen Tisch genommen. Hier eine sehr zweifelhafte Entscheidung und gewonnen hat dann Ebeltoff, der aber danach glatt enttäuschte. Also das war keine gute Form. Aber nichtsdestotrotz, Weichsel hat das Rennen eigentlich, sagen wir mal, gewonnen hier. Wurde auf den letzten Platz zurückgesetzt und muss sich natürlich diesmal wieder rehabilitieren. Ja, Annabelle wurde Dritter bei ihrem Debüt. Jetzt ist Alexander Peach drauf. Das war keine Überleistung hier. Also ich denke mal, ein Platzgeld wäre schon ein Erfolg. Dann ein Pferd aus englischem Besitz hier. Und zwar ist das Publil, ja. Das Pferd aus dem Johnston-Stall. Ja, und das Pferd, das hat die größte Erfahrung. Das ist ja wirklich stark bei Zweijährigen. Die brauchen wirklich ihre Rennen. Und das Pferd ist schon ja oft gelaufen. Letztes Mal ein fünfter Platz im Grupperennen. Da war sie gar nicht so weit weg von den Pferden. Joris Menisabal ist der Partner hier. Weichsel genießt zwar ein großes Vertrauen im Schall, aber ich gehe mal mit dem englischen Pferd. Denn man weiß ja, dass die englischen Zweijährigen viel, viel weiter sind als die deutschen. Also Publil, ja, gewinnt für mich das Winterkönigin-Trial am Samstag in Köln. Und dann geht es weiter am Sonntag nach Paris. Von Saint-Toll-Rennen hier an diesem Sonntag hier. Ja, und ich habe mir das Championat der Fünfjährigen rausgesucht. Pferde aus allen Herren Ländern hier. Sogar ein deutsches Pferd ist drin. King of the World. Das Pferd von den Nimczek-Pferden hier. Das Pferd Michael Nimczek ist der Fahrer hier. Aber die Gewinnsumme, ja, der ist aktuell bei 99.000 Euro. Das ist gar nichts in der Klasse. Also der scheint sich ein bisschen in der Klasse verirrt zu haben. Ja, ein Pferd aus Norwegen ist hier drin. Ein wirklicher Vollbomber. Und zwar ist das Support Justice. 14 Starts hier. 11 Siege, 3 Plätze. Das Pferd ist noch nie umplatziert gewesen. Ein absolutes Top-Pferd. Ja, und die Niederlage, das war ja der viertletzte Start. Das war gegen keinen geringeren als Univers de Pont. Danach eine 11,6 in Bjarke hier. Also das Pferd ist schon wirklich sehr, sehr stark. Aber der Fahrer Gundersen habe ich noch nie gehört. Ich habe zwar die Rennen gesehen, aber dass der sich auf internationaler Bühne durchsetzt, das meine ich dann doch nicht. Denn in Vincennes, da gelten andere Gesetze. Da gewinnen ja meist die Fahrer und nicht die Pferde. Also Support Justice, ein kleines Fragezeichen, steht hinter hier, steht hinter dem Fahrer. Dann Pajalés, das italienische Pferd mit Roberto Andrighetti aus dem Duvalistons-Stall. Ja, der zieht nicht mehr so richtig durch in den letzten Rennen. Hier hat ja schon ein hartes Pensum dieses Jahr gelaufen hier. Aber er läuft immer gegen die Elite. Über eine Million Gewinnsumme hat er von der Klasse her natürlich hier ganz weit vorne. Ich gehe aber mit einem französischen Pferd und zwar auch mit einem französischen Fahrer. Und zwar mit dem Baudron-Pferd und zwar ist das Village Mystique. Das Pferd letztes Mal über 3000 Meter untergegangen, aber der hat ihm nicht wehgetan. War zwar Letzte, aber der hat gesehen, das reicht nicht und hat dann die Hände runtergenommen. Davor in Anguillen. Zwei schöne Siege hier, der Markt 2100 Meter. Ja, und mit der 4 im Auto, da kann das doch mal gehen, denn Louis Baudron, der weiß, wie man ja in Paris-Vancen gewinnt. Und deswegen ist das auch mein Tipp an Sie hier und zwar Village Mystique, die 4 im Championat der Fünfjährigen. Und dann geht es weiter nach Köln hier. Da sind noch zwei schöne Rennen am Sonntag. Erstmal das Listenrennen und zwar ist das der Stutenpreis für Dreijährige und Ältere. Ja, und hier sind schöne ausländische Pferde genannt hier. Allen voran Dancing Sands hier aus dem Stall von Pantall. Das Pferd, das ja die Laufbahn in England begonnen hat, letztes Mal zu ganz hohen Orts in Maison Lafitte lief. Ja, und eine gute Leistung gebracht hat als Fünfte. Also das war sehr, sehr stark. Ist ja auch schon mal gegen Vorda und Excellence gelaufen. Die Pferde, die in einer ganz anderen Sphäre spielen. Dancing Sand, tolles Pferd hier und wird eine scharfe Klinge schlagen. Ja, Slippers Best, der kommt aus der Quinte hier. Ja, und letztes Wochenende haben wir gesehen, diese Quintenformen, die sind sehr, sehr gut. Denn da gewann ein Pferd von Christophe Verlon, was auch platziert war in der Quinte. Also Slippers Best ist nicht zu unterschätzen. Ja, Wildstep hätte schon mehr zeigen müssen mit Andreas Helfenmann. Waikika, das Pferd von Barbaro, auch gefährlich, aber nicht so stark wie die erstgenannten Pferde. Ich gehe aber mit Dancing Sands. Das ist ein tolles Pferd, die hat andere Pferde gesehen. Dieses Listenrennen muss sie doch schnappen hier aus dem Pantalstall. Anthony Krastüs, Godolphin, letztes Mal enttäuscht am Wochenende. Aber ich sage mal, die rehabilitieren sich. Und Dancing Sands gewinnt für mich den Studienpreis hier, das Listenrennen am Sonntag in Köln. Und nun zum Hauptereignis am Sonntag in Köln hier. Der 52. Preis von Europa, das Gruppe 1-Rennen für die dreijährigen und älteren Pferde. 2.400 Meter, ja, und es sind leider keine ausländischen Gäste genannt worden. Schade, schade, aber die deutschen Pferde sind gut vertreten hier. 155.000 Euro ist das Rennen dotiert und dreijährige Pferde sind hier favorisiert. Ja, Wildchief mit Joris Menisabal, Jens Hirschberger, der Trainer. Ja, im Derby, ja, nur Fünfter gewesen hier. Da gab es eine kleine Szene, Joris Menisabal schaute einmal kurz nach links. Ja, und da sah er dann den guten Siedemun an ihm vorbeirauschen. Und er hat ein bisschen für mich die Hände runtergenommen, wollte dem Pferd nicht wehtun, sah, dass er keine Chancen mehr auf eine gute Platzierung hatte und hat dem Pferd wirklich nicht wehgetan. Ja, der hat jetzt eine kleine Pause bekommen. Die Pferde, die danach aus dem Derby kamen, haben eigentlich eher enttäuscht, bis auf Lucky Line. Aber Siedemun hat ja auch verloren nach dem Derby. Also ein kleines Fragezeichen hier auch bei Wildchief. Guardini, letztes Mal Christos von Millon. Ja, was war das denn für ein Kissenritt? Hinter dem Pacemaker festgesessen, festgesessen in Frankreich, nicht rausgekommen und gnadenlos geschlagen hier. Philipp Minnerick soll es diesmal richten. Und dieses Pferd ist sehr, sehr dunkel. Sirius hat auch letztes Mal nicht alles gezeigt in Baden. Eigentlich eher enttäuscht. Da lief Nightwish schon besser. Sie treffen heute wieder aufeinander. Ja, und die Dreijährigen verlieren ja jeden Monat die Kilos hier. Es ist nicht mehr so ganz gut wie am Mitte und Anfang des Jahres. Ja, Papagena Style noch gefährlich. Empoli, Earl of Tinsel, das sind die älteren Pferde. Die können natürlich auch gefährlich werden. Aber ich gehe mit Wildchief, das war ja auch mein Derby-Tipp, an sie. Ja, und die Form aus dem französischen Derby, die habe ich nicht vergessen. Die war einwandfrei und der Sieger hat ja alles bestätigt. Hier hat ja Australia geschlagen. Also für mich Wildchief hier gewinnt den 52. Preis von Europa am Sonntag in Köln. Ja, das war es hier schon wieder mit unserer Tipps-Sendung. Ich bin Alexander Kaiser. Bis dahin und machen Sie es gut. Tschüss.